servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem wieder ziemlich interessanten video und einem bug der theoretisch schon seit ja über einem jahr scheinbar im spiel ist und nicht gefixt wurde und dafür sorgt dass ein level 27 druide mit fast drei millionen hp in world of warcraft rumlaufen kann aber der reihe nach wie konnte das ganze funktionieren involviert ist mal wieder rex treu der diesmal post von einem fan bekommen hat das zeigt er auch in dem video da gucken wir auch dann noch mal rein und zwar schreibt in der spieler an dass er ein druiden hat auf level 27 und der hat noch einen buff von einem event vom liebe liegt in der luft event und da stand glaube ich drin letztes jahr sogar und das ist smitten heißt auf deutsch liebesrausch und der sorgt eigentlich dafür dass eure gesundheit um fünf prozent erhöht wird allerdings gab es ein bug diesbezüglich kann auch sein dass dieses jahr war ich bin mir nicht mehr ganz sicher aber der buff sorgte dafür dass manche klassen und manche chars einfach unnormal krass mit dieser hp skaliert hatten dementsprechend gab es manche chars die auf level 60 damit über 20 millionen hp abgegriffen haben beziehungsweise dass manche eben weiß ich nicht durch diesen buff obwohl sie es gar nicht sollten so viel mehr hp bekommen haben als das eigentlich der fall war hier seht ihr noch mal diesen buff bekommt man wenn man einem fliegenden goblin einen kuss zu wirft liebesrausch ausdauer um eine stunde erhöht hält um fünf prozent erhöht hält eine stunde dementsprechend ist man da nicht unendlich stark oder nicht für eine unendlich lange zeit so stark in sachen ausdauer der entsprechende herr muss also höchstwahrscheinlich nachdem er den buff bekommen hat mit seinem troiden seitdem nicht mehr wirklich viel eingeloggt haben andernfalls kann ich mir nicht erklären dass der buff immer noch aktiv ist und hier haben wir dann den entsprechenden part in dem video rex treu kriegt eine nachricht und schreibt dann auch mit dem entsprechenden spieler zack und der spieler hat ihm dann glaube ich angeboten wenn ich das richtig sehe ob er damit ein bisschen spaß haben will mit den hortlern und natürlich kann sich rex treu nicht einfach bei irgendwem einloggen aber hat ihn in eine gruppe eingeladen und da sehen wir schon dass jemand hier eine 1 1,8 millionen hp am start hat das ganze wird noch kombiniert mit so ein paar bären die im verlauf von 60 sekunden alle x sekunden zwei prozent der hp heilen was mit zwei millionen hp natürlich unglaublich krass ist und wie immer hat rex treu natürlich damit rum experimentiert und hier sehen wir jetzt da ist der spieler core stub manoroth level 27 und hier gerade mit buffs und allem drum und dran hat er über zwei millionen hp wo das ganze anfängt hier sehen wir es auch hat er 2,8 millionen und ja dementsprechend sind sie jetzt hier mit einem kleinen raid am start und prügeln auf den armen kerl ein der rasch an hp verliert hier sehen wir auch noch hier ist der buff läuft nicht mehr allzu lange ich würde mal schätzen noch so 20 minuten vielleicht etwas mehr also viel spaß wird er damit leider nicht mehr haben in diesem sinne und ja jetzt haben sie ihn dann glaube ich einfach down gekloppt said nichtsdestotrotz sehr lustig hier sieht man noch was der herr dann in diesem fight geheilt hat und mit diesen bären 1,3 millionen mit der normalen wut regeneration vom druiden über drei millionen ähm also der war auch ziemlich tanky ich finde zwar wieder ziemlich lustig sowas zu sehen und natürlich muss irgendwie rex treu da wieder involviert sein aber ähm ja stelle ich mir krass vor wenn man so durch die welt geht und man sieht dann so ein level 27 druiden mit drei millionen hp aber gut in diesem sinne danke fürs zusehen bis zum nächsten video reingehauen